Produktentwicklung, das ist, wenn ich ein Standardprodukt erstelle, das ich dann an viele verschiedene Kunden ausliefere. Anfangen du das Ganze mit irgendeiner Idee, wo der Kunde vielleicht eine Lücke hat, welche Software seine Prozesse im täglichen Leben unterstützen kann. Gibt es natürlich viele Entwickler auch bei uns im Haus, die wirklich dediziert, losgelöst vom Projektalltag sich wirklich fokussieren und eher eben auch in so Standardlösungen denken. Mit dem starken Fokus einfach auf einen hohen Grad an Standards und gute Qualität. Die Idee, hinter der muss natürlich auch ein Businessplan stehen, damit sich das Ganze rentiert. Das heißt, ich programmiere einmal ein Produkt und das kriegen dann mehrere Kunden. Am Rand von der Produktentwicklung hast du natürlich auch Sachen wie Marketing und Vertrieb. Macht auch richtig Spaß in dieser agilen Umgebung, da wirklich mit verschiedensten Personen in einem Unternehmen zusammenzuarbeiten. pouvoir Untertitelung des ZDF, 2020